Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf diesem Kanal. Wir waren für euch an diesem heißen Sommerwochenende im hessischen Rüsselsheim auf der Born to Brick Lego Fan Ausstellung zu Gast. Auch in diesem Jahr gab es im Theater Rüsselsheim auf zwei Etagen wieder zahllose Modelle, Landschaften und Bauwerke zu bestaunen. Und so haben auch wir uns unter die Besucher gemischt und euch ein paar Impressionen zusammengestellt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.